Hey, you there, can we take it to the next level, baby, don't you care? Leave us out, leave us out. Hallo, hier bin ich mal wieder. Und zwar immer noch im Stress, denn heute schreibe ich meine letzte Klausur. Ich drehe jetzt schnell noch das Video für euch. Dann werde ich nochmal ein bisschen durch die Unterlagen gucken und ich sehe aus wie so ein Wirbelstumpf, stelle ich gerade fest. Sexy, so laufe ich schon die ganze Zeit rum, so war ich schon arbeiten heute Morgen. Läuft bei mir, würde ich sagen. Also legen wir gleich los, oder? Ein kleiner Schlag auf den Hinterkopf, fördert das Denkvermögen. Die Perspektive ist auch ganz toll, so von unten hoch. Ist ein ganz kurzer Abschnitt, habe ich gerade gesehen. Passt mir aber ganz gut, weil ich eh nicht so viel Zeit habe, weil ich, wie gesagt, nochmal durch die Sachen gucken will. Ohne Titel. Schutz und Schild für Ehrlichstedt. Verfasser Harald Bonsai. Gernot Ackermann. Hallo, ich bin neu hier in der Gruppe und ich kenne die Halswahr Schneider noch von Grümlitz her. Auf die Gruppe bin ich, hier bin ich gestoßen, weil mit denen doch diese Sponsor Werbung macht. Was da über den Pferdevereinen steht, ist erstunken unterlogen. Ich werde auch diesen Sponsor entsprechend schreiben. Frechheit ist das. Und die Halswahr, die da überall herumstolziert, die haben alles bei der Feuerwehr geklaut. Die Frau stiehlt überall das Futter zusammen. Ist das in Ehrlichstedt auch so? In Grümlitz hat ihr nichts gehört. Gar nichts. So, das war es anscheinend schon. Nur dieser kleine Eintrag. Ich muss meine Laptop weiter hier unten halten. Aber irgendwie sehr verwirrend, oder? Also sie hat alles bei der Feuerwehr gestohlen. Was soll sie denn bei der Feuerwehr stehlen? Futter? Ich wusste gar nicht, dass die Feuerwehr Pferdefutter hat. Also ich dachte, bei der Feuerwehr kann man so Schläuche und sowas stehlen. Aber warum sollte ein Reitverein Schläuche brauchen? Also vielleicht bin ich da ja falsch informiert. Und eine Feuerwehr hat total viel Zeug, was man für Pferde brauchen kann. Futter zum Beispiel Heu und Stroh und Gerste und Weizen und Hafer. Aber ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Also klingt das für mich doch eher nach einer Räuberpistole. Und ja, also ich meine, dass einem nichts gehört, ist ja auch nicht so ganz richtig. Weil die Pferde haben mir ja wohl definitiv gehört. Oder soll sie die auch geklaut haben? Und nur weil man etwas mietet, heißt das ja nicht, dass man da sich nicht frei bewegen darf und sich nicht entfalten darf. Denn mieten heißt mieten. Also ich habe ja meine Wohnung auch gemietet. Und deswegen kann ich sie ja auch so einrichten. Ich will, obwohl sie mir nicht gehört, sondern ich sie nur gemietet habe. Also das finde ich ein bisschen irritierend. Und rumstolzieren. Ja mein Gott, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob sie rumstolziert oder nicht. Aber im Endeffekt ist das glaube ich auch Auslegungssache. Und ja. Naja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, denke ich. Am Sonntag gibt es mal wieder ein Mischmasch-Video. Das hatten wir lange nicht mehr. Also Sonntag auf jeden Fall ein Mischmasch-Video. Oh, diese Katze ist so hyperaktiv. Wenn ihr einen Tipp habt, wie ich diese Katze ruhiger kriege, bitte, 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 bitte schreibt es mir in die Kommentare. Der ist schon wieder so anstrengend. Also ich habe den ja kastrieren lassen im Dezember, damit er ruhiger wird. Hat gut funktioniert. Hat richtig, richtig gut funktioniert. Durchschlagender Erfolg, würde ich sagen. Boah, ist so irre. Ich habe ihn trotzdem lieb. Aber er zerstört zwar nicht mehr meine Wohnung, aber meine Nerven. Ich glaube, das ist schwerwiegender. Ich würde sagen, das war es dann auch schon von heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitag. Jetzt ist er voll schmutzig, weil er sich vom Boden geschmissen hat. Der Boden ist übrigens nur deshalb schmutzig, weil die Katze da irgendwas da zerstört und rumschmeißt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitag, ein wunderschönes Wochenende. Und ihr seht mich bestimmt auch am Sonntag wieder im Mischmasch-Video. Tschüss.